Servus, ihr Narren von Berchtesgaden bis Bad Kiesingen oder zumindest so einmal Würzburg und Umgebung. Es geht wieder los. Nach drei Jahren gibt's wieder Fasching live. Und ich freue mich, die Gildegiemahl hat sich was ganz Besonderes einfallen lassen, nämlich am 22. Januar, Büt, Ufme, das heißt eine Prunksitzung mit dem Besten, was die Fränkische Fasnacht zu bieten hat. Okay, ich bin auch noch dabei zusätzlich, aber das gleichen die anderen schon alles aus. Am 22. Januar, Büt, Ufme, am Namidoch, und sind wir ehrlich, das ist Sundoch. Sundoch, Namidoch, hat mir doch eh nichts zu tun, außer dass wir daheim ist Sofa durchhockt. Schaut mal auf die Internetseite der Gildegiemahl und dann kommt ihr alle mit aufs Schiff. Da ist Platz ohne Ende. Kreuzfahrt kann ja jeder machen. Büt, Ufme, nur die Gildegiemahl, 22. Januar. Ich freue mich, soweit wir Franken das kennen. Bis zum nächsten Mal.